Musik Mein Name ist Theo Langsam, ich bin 20 Jahre alt und Azubi als Beton- und Stadionbauer. Ja, ich würde gerne mal so ein wichtiges Hochhaus bauen in Dubai oder so, so mit 800-900 Metern. Das wäre so, das wäre mein Traum, ja, so zu sagen. Ich schaffe auf dem Bau, weil es einfach im Nachhinein, wenn ich vorbeifahre und das sehe, was ich gemacht habe, wo ich dabei war, das ist das Geilste. Weil ich weiß ganz genau, immer wenn ich zum Frischaufspiel gehe und über die Treppenlauf, die ich selber gesetzt habe und weiss, was da im Geschäft dahinter steckt, das ist einfach nicht zu ersetzen, das Gefühl. Das Geilste, was ich gemacht habe, das war, da waren wir in Heideheim und da haben wir einen freistehenden Turm gehabt mit 99 Meter Höhe. Und sind mit dem Oberdreher, also mit dem großen Kran auf 105 Meter hoch, sind rüber geschwenkt und in den Turm und dann rein und haben dann noch Reparaturarbeiten gemacht. Das war, da haben wir auf 100 Meter oben mit dem Kran im Personentragenkorb. Das war echt ein spitzes Erlebnis. Ja, Chef, das ist kein Problem. Mein Name ist Theo Langsam, ich bin 20 Jahre alt. Und Azubi als Beton- und Stahlbetonbauer.